Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Kommentar. Kommentar. Ein Kommentar kann kurz oder lang sein, je nachdem, was du sagen willst. Stelle in deinem Kommentar eine Frage, wenn du zum Nachdenken anregen willst. Stelle in deinem Kommentar eine Frage, wenn du zum Nachdenken anregen willst. Um jemanden zu ermutigen, kann ein Kommentar auch Lob enthalten. Um jemanden zu ermutigen, kann ein Kommentar auch Lob enthalten. Kommentare können in Büchern, Blogs, Zeitungen und sozialen Medien gefunden werden. Kommentare können in Büchern, Blogs, Zeitungen und sozialen Medien gefunden werden. Teile deinen Kommentar, damit andere von deinen Gedanken profitieren können. Teile deinen Kommentar, damit andere von deinen Gedanken profitieren können. Schreiben wir einen fröhlichen Kommentar. Wir wollen den Lesern den Tag versüßen. Schreiben wir einen fröhlichen Kommentar. Wir wollen den Lesern den Tag versüßen. Schreiben wir einen fröhlichen Kommentar. Wir wollen den Lesern den Tag versüßen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.